Sie wünschen sich gesunde, strahlend weiße Zähne? Dann kommen Sie in die Zahnarztpraxis von Dr. Bertram Heider und Dr. Carolin Eichler in Urbach. In unserer modern ausgestatteten Praxis bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Leistungen. Von professioneller Zahnreinigung bis hin zu Bleaching, Implantaten und Zahnersatz. Einfühlsam und kompetent kümmert sich unser Team darum, dass Sie uns wieder mit einem Lächeln verlassen. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.